hallo freunde und zuschauer der nepp tastischen unterhaltung herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde let's play allen wake selbe folge selber nicht selbe folge selbe aufnahme selber tag und ich habe mir überlegt ja ich hab dich nicht verstanden dass ich die scheinwerfer verstärken kann trotzdem 13 frames und dann autofahren sind noch zwei verschiedene welten was ist denn das hier waren wir doch glaube ich schon wieder schon lang gelaufen sicher ziemlich sicher fahr ruhig weg warum nicht ich kann schützen hallo muss ich aussteigen so kann ich aussteigen ach so deshalb einsteigen fahren nie wieder aussteigen was machen wir jetzt schon wieder aber mann ich pass so wenig auf komm muss ich jetzt hier wirklich zu fuß weiter polizei autos kann ich da wieder ein leuchtpistolen munition und leuchtpistole mann die leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche waffe gegen die dunkle bedrohung ist auch ist auch aber sie hat nur ein schuss und das ist blöd aber ich will wieder autofahren war so gerne das ist wo ist noch an oder haben schon nur noch ein schuss das stinkt nicht nicht ich muss das klo aber das interessiert mich nicht pipi es war der entführer sie misst da wo ist meine frau sie liefern das manuskript und kriegen dafür ihre frau zurück ganz einfach ich kann nicht halt hören sie ich brauche zeit um es abzuschließen mir fehlt das ende ich brauche eine woche ich brauche eine woche zwei tage hier in der nähe ist das alte bright falls bergwerk sie können es nicht verfehlen städter im hauptgebäude um 12 uhr mittags sie geben mir das manuskript und kriegen ihre frau zurück ja ja ich verstehe wenigstens gleich im haus hoffentlich ohne zwischenstörungen irgendwie ja und der steht in der luft sehr gut wirklich keine frost 23 mary hatte am telefon über vögel gesprochen welche vögel wo sind denn hier vögel jetzt nicht aus du solltest doch nicht das licht the darkness control controls the taken ok finde ich auch geil irgendwie mit der leuchtschrift welche vögel meint denn was ist das das war da noch nicht als ne das war das sicher nicht nachdem ich bin so froh dass du da bist ein paar sind reingekommen bevor ich den kamin dicht machen konnte das ist nicht normal das ist nicht normal rögel sind unheimlich unheimlich du hast noch mal munition eine leuchtfuckel oh lass mich rein hallo lass du sack jetzt vielleicht mal die tür auf was ist das was ist das Ein Dino? Nein, was ist das? Äh, 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 oh, da. Aua. Ich muss aufs Klo. Freunde, ganz kurz, bin gleich wieder da. Ah, ups, Entschuldigung. Nein! So, tschüss. Ach, Freunde, ich war ja eben auf dem Klo, ne? Wir haben helllichten Tag, 14 Uhr, 6 Uhr, gegenwärtig. Und ich hab erst mal instinktiv das Licht angemacht, ja? Ah, Gott, oh, hallo. Die Vögel besiegen. Na, leckerus, nus. Was soll ich denn machen? Was soll ich vielleicht? Oh. Ich hab einen schon abgeschossen. Einen von Wifi. Ach so, ich soll wahrscheinlich mit den Leuchtpistolen mal draufschießen, hm? Ja. Ich mach ja schon. Was? Oh. Nein. Was war das denn jetzt für ein Mist, ey? Oh Gott, muss ich es wieder irgendwo zu... Scheiße, ich bin ein Noob. Oh. Hä, hä. Oh, Mensch. Der ist... Oh, Mann. Die sind noch flacher als meine Haftbefehlgezeig. sicher wie viele das aber auch sind wenn sie sich alle zusammen es sind jetzt die folge wahrscheinlich ein bisschen weniger nie nein habe ich keine Leuchtpistole mehr ich möchte nicht aus meinem Zeitplan kommen das tut mir leid tut mir leid das ist vielleicht eine Munition für mich ich geh drauf ich kann die doch jetzt nicht alle einzeln abschießen das dauert doch viel zu lange das ist jetzt mal noch nächste folge hier was soll ich tun töten lassen was ich habe ich habe euch einfach mal erzählen dass wir schnell von der schule ein coolness camp hatten und natürlich wenn man das wort coolness camp aus dem wort einer 50 jährigen lehrerin hört denkt man sich natürlich nichts gutes aber ich war angenehm überrascht wir waren sowas wie eine Testklasse auf dem plan standen unter anderem wie verteidigt man sich ähm gegen böse leute die einem das tausendrot geld wegnehmen wollen und ähm man soll sie anschreien in die augen stechen ja die youtube batterie und ähm große klappe haben aber ganz ehrlich wenn ich von irgendwelchen großen Schülern du kannst die Tür aufmachen die sind weg jawoll wenn ich von irgendwelchen großen Leuten angemacht werde es tut mir echt leid als ich dachte du wärst durchgeknallt dann würde ich ja wohl wegrennen also ähm das war trotzdem ganz interessant ich schickte Barry in die Stadt um nach einem Mann zu fragen auf den meine Beschreibung des Entführers passte er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen vielleicht konnte er was herausfinden irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte der Mann wollte ein Manuskript ich musste eins schreiben um Alice zurück zu bekommen für mich war das übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen etwas das man beim Schreiben einsetzen konnte jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier das ist jetzt wohl das Ende von M2 2 ist hier ist Rose Rose ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden oh sie wunderbares kluges Mädchen könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt wir sind in etwa einer Stunde da hier sehen wir Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odea Dino. Gutes Kind. Gutes Kind. Gutes Kind.